Dieses Video wird präsentiert von G2A, kauft Codes, Games und Keys. Bei meinem Sponsor mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, meine Freunde. Ihr seht schon, wer gerade in Berlin ist wegen der Twitch-Con. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hast du trainiert, Weger? Hast du tatsächlich weh? Nee, ich hab 6 Kilo abgenommen. Okay, Freunde. Also, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt vielleicht schon den Titel gesehen, Modern Warfare 4. Denn wir sprechen heute ein bisschen über... Ach ja, du darfst entscheiden, welches Gameplay im Hintergrund läuft. Also, von allen Gameplays, die dir so von mir noch von früher einfallen. Ach, das ist ein Oldschool-Gameplay. Ja, ja. Du kannst auch eins von dir selbst nehmen. Also, du darfst jetzt komplett aussuchen, welches Gameplay. Freestyle. Okay, wir nehmen die schnelle Double-Nuclear auf Nuketown, erinnerst du dich? Mit Anonymous-Musik. Von dir? Aber die ist sehr Oldschool, musst du kurz suchen. Okay, ja. Und nehmen wir dann noch die schnellste Nuklear einfach von dir, die dir jetzt einfällt. Ich weiß jetzt gerade eigentlich. Okay, das machen wir so. Perfekt. Gut, Freunde. Meine schnellsten Nuklears wahrscheinlich so schnell wie Antons langsamsten. Also, wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, aber Freestyle, also komplett. Wir haben uns keine Notizen oder so gemacht, sondern wir wollen einfach über... Ja, wir vermuten, dass das nächste Call of Duty, weil Infinity Ward wieder dran ist mit der Entwicklung und weil COD, glaube ich, einiges gut zu machen hat, Modern Warfare 4 wird. Wäre auf jeden Fall das Smarteste vom Titel her. Ja, ich weiß nicht. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde dieses Jahr wirklich null Hyped sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das Ding ist, ich war ja sogar auch noch letztes Jahr zum Beispiel Endshyped, vor allem wegen Backops 4. Ja. Aber, ja, leider halt ein bisschen enttäuscht worden. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so übel Hyped. Klar, würde ich mich darüber extrem freuen, wenn es hier eine richtig krasse COD gibt, was wir mal länger als nur zwei Monate suchten. Ja, das wäre so schön. Aber, ja, lieber nicht drauf freuen, aber dafür dann nicht enttäuscht werden. So groß, ne? Genau, so sehe ich es auch. Weil das Ding ist, irgendwie, die letzten Jahre war ich immer so todeshyped, so ganz schlimm. Und ich sage mal so, Backops 4, ich glaube, es gibt keinen, der im ersten Monat so viele Videos gemacht hat wie Anton und ich. Ich glaube, du hast Daily Uploads teilweise gehabt oder mindestens alle zwei Tage und ich habe Daily Uploads gemacht. Es hat mir aber auch ultra Spaß gemacht. Weil das Game hat, also für mich war halt die Motivation, stimmt, wir haben ja richtig viel auch zusammengesucht, auf Nuklear zu gehen und so, weil halt die Tarnung sich immer angepasst hat und dann haben die diesen Tarnungspatch rausgehauen und dann hast du jeden Tag Runde einen Dark Matter und Regenbogen-Nuklear gehabt und dann hatte ich für mich halt persönlich jetzt kein Ziel mehr so auf irgendwas zu gehen. Das ist auch so der einzige Mensch, der diesen Grund nennen würde. Digga, dass die Tarnung sich nicht mehr verändert hat, das ging für mich gar nicht klar. Ja, aber ohne Mist. Ja. Und halt, dass es kein Orbi gab und so, das ist für mich so dieses Neue. Ja, also ich denke, das ist auch Punkt 1 zu mich. Wenn Modern Warfare 4 rauskommt, es gab immer in MB3, weiß ich noch, diese Veranstaltung, verbesserte Drohnen, die war schon ganz nice, wenn man die zweimal hatte vor allem, aber ein Orbi, bitte, bitte hört auf uns, macht einfach ein Orbi rein. Aber Digga, ganz ehrlich, MB4 wird kein Orbi haben, das können wir, also... Das kannst du nicht sagen, meine Augen tränen. Ne, aber es gab doch keinen Call of Duty zum richtigen Orbi, wobei doch, du hast ja gerade gesagt, IW gab es so einen ähnlichen Orbi, aber der waren nur so 20 Sekunden. Das Ding ist, ich habe den IW-Orbi noch, das ist Funfact, Freunde, ich habe ihn noch nie erreicht. Ja, ich auch nicht. Wenn ich ihn mal erreichen soll, schreibt mal in die Kommentare, Hashtag IW-Orbi, vielleicht versuche ich es mal. Ey, Digga, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich IW gespielt habe, war bei einem COD-Freundschaftspiel, wo wir gegeneinander gespielt haben. Ne, ich glaube, wir haben im COD-Monat ein IW-Video gemacht, oder? Ja, okay, aber... Oder, obwohl, ne, ich glaube, bei dir ging es sogar nicht mal. Ich glaube, wir haben nicht mal IW gespielt in der Zeit. Ja, wir haben das letzte Mal mit EcoFresh IW gespielt. Und mit Krabby und Chaos. Und mit Hans Sarpay. Ja, stimmt. Digger, das ist geil. Mann, also das ist wirklich zu gut einfach. Ja, gut, denkst du, es wird Specialist geben? Specialist-Bonus? Und gibt es wieder so nuklear und so. Ja, also ich hoffe, dass es beides gibt. Guck mal, es ist ja, wenn die, ich meine, ich mag nicht, wenn die versuchen, immer so krass auf Kram auf diese Oldschooler wiederzuholen, weil das hat bei WW2 meiner Meinung nach schon nicht so gut geklappt. Die sollen schon neue Sachen machen, aber sowas wie Specialist-Bonus im Übrigen, wir sprechen hier von Specialist-Bonus, wer das nicht weiß, nicht die ekligen Specialists, die irgendwie keine Ahnung was für Sachen machen. Nee, 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 das meinen wir gar nicht. Wir meinen, dass man quasi, du kriegst alle zwei oder drei Kills, je nachdem, ob du Hardliner hast oder nicht, kriegst du einen Perk dazu und so. Das heißt, du hast dann statt, je nachdem, was für ein Klassensystem ist, du hast dann statt drei Perks, hast du dann vier Perks, dann hast du fünf, sechs Perks und dann wenn du sieben Kills oder acht Kills am Stück machst, kriegst du dann alle Perks, die es hat und dann fühlt man sich, also man ist halt so extrem schnell. Also Specialist-Bonus war eins der, muss man ehrlich sagen, auch wenn ich Black Ops-Fan bin, war eins der geilsten Sachen in All-Time Call of Duty. Ja, bei Ghosts haben sie Specialists irgendwie komplett verkackt, da war das irgendwie so, keine Ahnung, so. Da gab es aber auch so viel zu viele unnötige Perks, das war viel zu detailreich. Ja, genau, genau, also bei Ghosts war das so, da gab es so viele Perks und das war so, da war Spezialisten-Bonus, hat gar keinen Spaß gemacht, also bitte macht das nicht so und die Spezialisten, könnt ihr bitte ganz weglassen, weil bei EW, da waren, ich weiß noch genau, alle Spezialisten sahen gleich auf, das war so wack, Digga, das war so wack in EW. Da gab es Spezialisten, das war so komisch irgendwie. Ja, ganz ehrlich, die sollen einfach an MV3, weil ganz, also klar, MV3 gab es auch damals so viele, die es gehatet haben, so auch wegen Carsten und so, aber es gab auch extrem viele, die es geliebt haben und so und MV3 war ein ultra gutes Call of Duty. Absolut. Und wenn die das noch ein bisschen verbessern und so, den Gay-Shit und so raushauen und dann bessere Grafik und so. Genau, richtig, jetzt auf New Gen, also New Gen ist ja nicht mehr so, PS4 halt, Leute, das kann schon ultra sick werden, aber ja, ich würde jetzt nicht da jetzt extrem viel. Ja, ich hoffe einfach, dass die Waffen und so auch, ich sag mal, guck mal, in, in, in. Schau mal, so eine ACR mit Scheidermann, Digga, mit Spezialist Bonus auf Interchange. Das war so geil. Das war krass. Meisterschütze und so, dieses, wo man die Namen so gesehen hat. Das Ding ist, ich wüsste genau, wie es läuft, ich sag mal, das Spiel kommt raus, ACR ist die beste Waffe, wir spielen natürlich nur ACR, wie es bei der Titan schon war. Und dann haben wir deswegen wieder 20% Dislikes auf die Videos, weil die Leute einfach nicht gönnen. Ja, Digga, das ist also so lächerlich, aber, äh, ja, Freunde, also, die können, die können schon was Geiles, also, wenn's, wir wissen's ja nicht, es ist nicht so, dass wir, äh, Ja, das ist ne Vermutung, das ist ne Vermutung, MV4, ähm, und, äh, ja, mal schauen, ne? Denkst du, wenn die jetzt so, wenn die so Streaks machen, denkst du so, dieses, dieses Point-Streak-System macht noch Sinn, oder würdest du dich immer wieder so, auch so, Killstreaks freuen, so wie ein MW2, weil MW2 ist, glaub ich, so ein COD, da hoffen wir auch viel, dass es da als Remastered dabei ist, ähm, so, so, so MW2 fand ich, ich guck mir grade immer von Solution so MW2-Videos auch nicht, feier das schon. Ja, also, hat Vor- und Nachteile, ne, weil Punkte-Serien ist halt geil, wenn du halt so ne Flagge, ähm, mit einnimmst, und dann natürlich auch Capture-Kills machst, das ist geil, aber Killstreaks ist halt auch nice für Leute, die halt überhaupt nicht auf Währschaftspunkte gehen, Digga, du kriegst halt deine Sachen durch Streaks, äh, durch, durch Kills, ja, weil es gibt schon, stell dir vor, es gibt nämlich Leute, die kriegen die Streaks, weil sie fünfmal die Flagge gesichert haben. Ja, okay, stimmt. Und dann kriegen die auf einmal, also, ne krasses Streaks. Okay, das ist aber, das ist ja Pointstreaks, äh, ne, das ist, äh, ne, das ist Scorestreaks, genau, es gibt Killstreaks, das war wie ein MW2, Scorestreaks war es in MW3, da konntest du ja für ne Predator, hast du glaub ich auch durchs Einnehmen der Flagge einen Punkt bekommen? Ja, ach so, da, stimmt, da geht's auch noch um, es gibt drei verschiedene, und es gibt Pointstreaks wie ein B.O. 2, eigentlich sollen die einfach nur B.O. 2 rausbringen, nur auf MW3-Maps, haha, ja, eigentlich schon, ne, ich mein's ernst, ja, ähm, hast du Bock auf ein Battle Royale, hat dich Blackout in irgendeiner Form gepackt? Also, ganz ehrlich, jetzt wirklich Real Talk, mir hat Blackout 2 rund Spaß gemacht, danach bin ich jedes Mal nur eingeschlafen, das war einfach für mich zu actionlos, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil es gibt ja viele Patches und so, Patchen ist ja mehr als Multiplayer, ne? Ja, das ist, das war ja auch deren Hauptaugenmerk, aber, keine Ahnung, ich glaub, COD muss gar nicht so dieses Battle Royale und so, für sich eine Konkurrenz, weil ganz ehrlich, no chance da gegen Fortnite irgendwie wieder anzukommen oder so, die sollen einfach ein geiles Multiplayer Spiel wieder rausbringen, weil, ja, mit einem schönen Shooter, fast paced, richtig geil. Also, schau mal, wie lang gibt's das COD schon, seit elf, zwölf Jahren oder so, oder länger sogar, und von den Teilen waren die ersten sechs sehr gut, oder die ersten sieben, acht, neun sogar, und jetzt die letzten Jahre, klar, BO4 war jetzt nicht ein komplett reinfasst, keine schlechte COD, aber halt zum Beispiel, keine Ahnung, aber guck mal, Infinity Ward hat, hat die letzten, ihr müsst euch mal vorstellen, Freunde, wir als COD-YouTuber, die bis auf letztes, bis letztes Jahr, dann hat sich das irgendwann so aufgelöst, waren wir komplett abhängig davon, wie COD ist, so, und Infinity Ward hat uns Ghosts und IW gebracht, äh, bei Ghosts im ersten Mord hat der Anton passt aufgehört mit YouTube, das weiß ich noch, weil, ich war der Erste damals, der gesagt hat, ach Leute, ich hab keinen Bock einfach auf Ghosts, ich lade mal wieder BO2 hoch, und damals war das so ein No-Go, das alte COD, das hat keiner gemacht, das war zu krass. Aber was ich noch ganz gut sagen wollte, Digga, es ist ja nicht unmöglich, dass die wieder ein krasses Call of Duty rausbringen, die haben's ja schon oft genug bewiesen, dass die geil Sachen rausbringen. Ich würd mich so freuen, über einen COD, was einfach Boots on the Ground ist, was sich schnell spielt, was aber nicht, ich glaub, Dinger, ich glaub, BO4 war schon etwas entspannter, so, IW, das war ja das schnellste Spiel der Welt. Aber warte mal ganz ehrlich, vom, es rein aufs Movement bezogen ist BO4 eigentlich das perfekte COD. Ja, auch von Waffen und so, also wie die Waffen reagieren, aber BO4, was fehlt denn bei BO4? Was fehlt dir bei BO4? Mir fehlt wirklich der Orbi, weil ich bin jemand, ich spiele, um die Lobbys zu zerstören, und die Langzeitmotivation, ich hab da 5 Prestige komplett durchgeballert, ich hab ja die ersten 3 Wochen quasi die Wohnung nicht verlassen. Ja, ich auch. Aber unterm Strich und letztendlich, ich weiß nicht, man, da war schon, da war schon, dieser Orbi, dieses Gameplay, er sweaten klar, die Gegner sind noch besser geworden, da kann man ja nichts gegen sagen, so, aber BO4 hätte so viele Chancen gehabt, so wieder das krasse COD. Aber ich fand auch die Karten, also, es gab natürlich ein paar Karten, die waren ganz cool in BO4 und so, aber ganz ehrlich, meine favorite Map in BO4 ist Sams, und das ist eine Black of 2 Map. Und wenn du jetzt die BO2-Mess vergleichst, es gibt vielleicht zwei, oder eigentlich nur eine Karte in BO2, die ein bisschen belastend ist, Aftermath oder so, aber selbst die hat manchmal Spaß gemacht, oder Jawline, das heißt, alle Karten eigentlich waren richtig nice, und bei BO4 denkst du dir so, okay, es gibt 12 Karten oder so, und davon sind vielleicht zwei oder drei echt nice, und der Rest so, ja, so Gridlock und sowas. Ja, das ist schon, ja, Gridlock und so, das sind halt so Maps, so, keine Ahnung, ich hoffe einfach, guck mal, um das Spiel nochmal kurz zusammenzufassen, wie ich es mir wünsche, einfach so ein schnelles Spiel, wo man aber auch, ich sag mal, wo dieses AR-Game einfach auch irgendwie appreciated wird, wo es nicht nur so mit reinspringen, SMG ist, sondern wo du halt auch mal so ganz entspannt, so ne Streak einfach runterspielen kannst, ohne dauernd Angst zu haben, dass irgendein Spezialist dir eins reinbar hat, deswegen auch jeden Fall auch ohne Spezialisten, weil das hat es ja auch gekillt, weil mit Orbi ohne Spezialisten kannst du quasi jede Bobby smoken, aber wenn der Gegner als Spezialist hat... Du kannst auch gegen Tryhards mal eine gute Runde hinlegen, bei BO4 ist manchmal unberechenbar, du hast das beste AIM in der Welt, aber, Digga, da kommt einer mit Gravit, oder mit Gravit, so ich gar nicht, ne? Ne, doch, es gibt doch diesen Hammer, doch, doch, gibt es. Ah ja, stimmt, doch, gibt es. Und, Digga, dann bist du halt weggesmoked, ne? Hast du, hast du, ähm, wie heißt das? Und COD ist eh nicht schon das skill-lastigste Shooter-Game, weiß ich mein, und bei den Spezialist, Digga, da war ja auch bei BO3 so, BO3 war natürlich viel, viel geiler als BO4, aber, ja, Digga, wo ich dann weggesmoked habe. BO3 war eigentlich auch im Spiel. Ich will BO4 jetzt ein paar Wochen die Chance geben, ich hab ein bisschen mich in das Spiel reinzufuchsen, so, wenn ich ehrlich sage, ich hab ein bisschen einfach mal spielen, um zu gucken, was sich da verändert hat, und, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, einfach keine Spezialisten, einfach cool, stimmt, aber warte mal, hast du den Modus gespielt bei BO4 ohne Specialist? Ja, zwei Runden hatte noch nie so wenig Spaß. Ja, ich hab's nicht mal ausprobiert, weil ich einfach, es liegt gar nicht unbedingt an, nur an den Specialists, Digga. Ne, natürlich nicht, und außerdem, dieses, ähm, dieser Modus, es fühlt sich auch so an, so, es gibt diesen Modus auszuwählen, aber spielen Noobs den, oder, dann hat man vielleicht nur Tryhards in diesem Modus? Oh, Digga, eine ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, 150 Leben, oder wieder 100 Leben, ich will wieder 100 Leben zurück. 100 Leben und ohne heilen. Safe call. Oder? Ohne heilen. Ja, ohne heilen. Ja. Ich will einfach wieder back to loads. Ich auch. Also, ich fand's nicht schlimm in BO4, man hat sich ultra schnell dran gewöhnt, wirklich nach zwei Tagen. Ja. Ich hab sogar, wenn ich dann wieder BO2 gespielt hab, hab ich nicht die ganze Gehalt und so, weil man voll da drin war. Ja. Aber Digga, die soll einfach wieder ein normales Leben machen, weil, ich weiß nicht, Digga. Es macht, für mich ist COD, also vor allem Public, was ja uns auch extrem viel Spaß gemacht hat, war dieses Bashen und einfach mal ein Quad-Feed machen und, wenn man hinter vier Gegenden ist, dass du auch weißt, okay, jetzt hol ich die vier auch. Ja. Weil bei BO4 war's schon oft so, Digga, ich hab, ich weiß nicht, wie wenig On-Screen-Feed sich hatte in BO4. Digga, das ging ja auch einfach nicht. Und dann dieses Heilen und so, also die erste Woche war schon gut, aber ich hoffe einfach, dass die einfach die ersten, ja, mehr als die erste Woche war's dann halt letztendlich nicht. Bitte fasst einfach die coolsten Sachen aus MW1 bis MW3 quasi zusammen, falls es MW4 wird, wahrscheinlich kommt am Ende dann Infinite Warfare 2. Man, ladet uns doch einfach mal ins Entwicklerstudio hinein, ey. Bitte. Wunderhaar. Wunderhaar, der absolut nicht da arbeitet bei Infinity Ward, sondern bei Treyarch. Ja, egal. Aber er hat bestimmt Connections. Macht doch mal eine Revolution im Modern Warfare Teil, höchstwahrscheinlich, ein Orbi auch reinzuhauen. Wieso nicht? Ja, genau. Aber ich frag mich, wie ist es da mit dem Rechten, Digga? Dürfen die das überhaupt reinhauen? Klar, das nennen die es einfach irgendwie Super-Orbital-Drohne oder so. Weißt du, das geht schon. Ja. Okay. Gut, Leute, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was wir uns wünschen für, ähm, fürs nächste Call of Duty. Wir denken halt, es wird immer noch auf ja viel, wir wissen es nicht. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like, da würde ich mich freuen. Checkt die letzten Videos ab. Checkt Anton ab. Ja, genau. Flex mal ein bisschen. Und haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.